Während SPD, Grüne und FDP einer Ampelkoalition immer näher kommen, gehen in Berlin tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Zu der Kundgebung am Brandenburger Tor haben Fridays for Future und Dutzende weitere Organisationen aufgerufen. Die Teilnehmer wurden mit Bussen aus knapp 50 Orten in Deutschland nach Berlin gebracht. Nach dem Treffen am Brandenburger Tor wollen die Aktivisten durch das Regierungsviertel ziehen. Das Motto der Kundgebung, ihr lasst uns keine Wahl. Die Teilnehmer fordern größere Klimaschutzanstrengungen von der nächsten Bundesregierung. Die Ergebnisse der Sondierungen empfinden sie als zu vage und unverbindlich. Der letzte Klimastreik fand kurz vor der Bundestagswahl statt. Damals gingen mehr als 600.000 Menschen in mehr als 400 deutschen Städten auf die Straße.